Hi und herzlich willkommen beim MyMonk Podcast, der dir hilft, deinen Weg zu gehen. Ich bin Tim und ich freue mich, dass du da bist. Auf diesem, unserem Weg, wenigstens halbwegs souverän zu bleiben, ist manchmal alles andere als einfach und darum geht es in dieser Folge. Manche Tage, manche Arbeitsplätze, manche Familien sind voll mit unverschämten Leuten, die unverschämte Dinge sagen, Worte wählen, die uns abwerten oder verletzen sollen, Sachen einfordern, die wir ihnen gar nicht schulden. Viele von uns, ich auch, neigen dann zum Kämpfen, wollen sich verteidigen, rechtfertigen, den anderen überzeugen oder vielleicht sogar ändern, meist mit wenig Erfolg. Die vielleicht bessere Lösung besteht aus zwei Schritten. Schritt 1. Uns daran erinnern, dass das Verhalten des anderen etwas mit ihm zu tun hat und nicht mit uns. Geh mir aus dem Weg, ich habe teurere Klamotten an als du. Sprich mich bloß nicht an, du kleine Wurst, ich bin heiß und du bist scheiße. Ey, Kellnerin, hier hast du 50 Cent Trinkgeld, aber schön einteilen, hahaha. Warum handelt jemand so von oben herab, so arrogant, so als würden wir unter ihm stehen? Er will sich für was Besseres halten, weil er sich als was Schlechteres fühlt. Sein großspuriges Denken und Tun sollen sein verwundetes Herz überdecken, das Gefühl, irgendwie minderwertig zu sein, unzureichend. Es gäbe überhaupt keinen Grund, einen anderen abzuwerten, wäre er sich seines eigenen Wertes bewusst. Er will andere unterdrücken, weil er in sich selbst etwas unterdrückt. Das kann schon sehr früh im Leben beginnen. Die Entwicklungspsychologin Dr. Christine Valentino hat Kinder untersucht, die schlecht von ihren Eltern behandelt wurden. Und auf Fragen nach ihrem Selbstbewusstsein gaben sie sich ganz hohe Punktzahlen. Außerdem überschätzen sie, wie toll die anderen Kinder sie fanden. Gleichzeitig reagierten sie in Experimenten aber viel negativer auf ihr eigenes Spiegelbild als die anderen Kinder. Hier zeigte sich ihr wahres Selbstbild und die Kluft zwischen den großen Tönen, die sie spuckten, ich bin der Beste, ich bin die Tollste, und den leider traurigen Melodien, die tatsächlich tief in ihnen spielten. Diese Wunden und diese Diskrepanz zwischen aus äußerer Arroganz und inneren Mangelgefühl schleppen auch viele noch als Erwachsene mit sich rum. Das heißt nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen oder immer nur mit allem verständnisvoll umgehen müssen. Fakt ist aber, verhält sich jemand dir gegenüber arrogant oder irgendwie anders unangemessen, hat das erstmal nichts mit dir zu tun. Das ist der erste Schritt, uns das klar zu machen. Es hat mit dem anderen zu tun. Es ist sein Verhalten und es hat nichts mit uns zu tun. Und Schritt zwei ist dann, der Unfreundlichkeit möglichst ohne allzu viel Frust und ohne Fäuste zu begegnen. Wir sollten uns nicht verstrecken in den Netzen, die das Gegenüber spinnt. Da gibt es zum Beispiel die folgenden fünf Reaktionen, mit denen das gelingen kann, souverän zu bleiben und zwar wirklich ohne uns alles gefallen lassen zu müssen. Die erste ist ein einfaches Danke. Jemand sagt was und du sagst Danke. Danke kann den gesamten Wind aus den Segeln nehmen, den Gott des Zorns zum Atemstillstand bringen, weil es überrascht, weil es zeigt, dass wir einfach nicht mitspielen wollen. Danke demonstriert Reife und Abgrenzung und dass wir dem anderen nicht einfach so die Macht geben werden über unsere Gefühle und unsere Stimmung. Zweite Reaktion ist der Satz Ich schätze deine Perspektive. Dieser Satz signalisiert unsere Bereitschaft zum Austausch, aber nur auf eine wertschätzende, erwachsene Weise. Wir werden uns nicht auf das Niveau des Anderen begeben. Und genau das macht klar, wie tief dieses Niveau vielleicht gerade ist, was der Andere hat. Gleichzeitig erinnert es auch uns selbst daran, seine, ihre Worte sind nicht die objektive Wahrheit, sie spiegeln die eigene subjektive Welt wider des Anderen. Der Grat an Offenheit für die Perspektive des Anderen beruhigt zudem oft auch das schreiende Kind in ihm. Ist ja gut, ist ja gut, Mama, Papa hat, Mama oder Papa haben zugehört, dass du gerade ganz doll unzufrieden bist. Die dritte Reaktion, wenn du irgendwie angegriffen wurdest, ist der Satz Du hast recht. Äh, was? Damit hätte der Andere wohl nicht gerechnet. Und eigentlich ist das gar nicht, woran er interessiert ist. Er will die negative Energie füttern, will, dass sich seine Diskussion irgendwie aufschaukelt. Und wie soll das jetzt noch gehen? Was bleibt dann noch zu sagen? Gar nichts. Den Streit womöglich verloren, haben wir dann, aber den Seelenfrieden zurückgewonnen. Dieses Mittel ist natürlich nicht zum Dauergebrauch geeignet, denn gerade bei wichtigen Dingen sollten wir unsere Grenzen auch nach außen sichtbar schützen. Aber im Einzelfall, wenn es um nicht allzu viel geht oder das irgendwie so eine einzelne Interaktion ist, kann es wirklich Wunder wirken, dieser Satz. Ja, du hast recht. Viertens ist der Satz Dieses Gespräch ist jetzt vorbei. Das ist eine klare Ansage und eine klare Absage daran, noch weitere, immer schnellere Runden im schädlichen Gespräch zu drehen. Also aussteigen, fortgehen, die Sackgasse und den unfreundlichen Sack hinter uns lassen. Zumindest erstmal. Durchatmen. Wir sind nicht ausgeliefert. Wir entscheiden, wie lange wir an dem Austausch teilnehmen und wann es uns reicht. Und die fünfte Möglichkeit, souverän zu bleiben, ist einfach zu lachen. Wir brauchen uns, dann brauchen wir kein künstliches Lachen aus uns herauspressen, wie aus so einer Zitrone, die eigentlich nur noch aus trockener Schale besteht. Aber mit so ein bisschen inneren Abstand haben viele Situationen schon was komisches. Gelingt es uns, das zu sehen, kann das sowohl uns als auch den Gesprächspartner befreien und entspannen. Ich meine, die wenigsten Dinge sind doch so ernst und bedeutsam, wie sie uns im Augenblick erscheinen. Und da gibt es ja diesen Satz, der so ungefähr so geht. Und in zehn Jahren wirst du bestimmt drüber lachen können. Also warum nicht gleich damit anfangen? Eine Sache ist noch wichtig. Was so souverän bleiben nicht bedeutet, ist, dass wir unsere Gefühle wegdrücken. Wenn uns etwas verletzt hat, dann können und sollten wir uns zum Beispiel nach unserer Reaktion auch Zeit nehmen, das Gefühl wahrzunehmen und anzuerkennen. Das Unsouveränste und der größte Verrat an uns selbst ist nämlich, vor uns selbst so zu tun, als würde uns nichts was anhaben, während unsere Seele im Stillen irgendwie leidet. Also die anderen müssen das nicht unbedingt immer mitbekommen. Die Erde ist keine riesige, einzige Psychotherapiepraxis, obwohl es manchmal sogar wie eine riesige geschlossene vorkommen kann. Aber für uns privat sollten unsere Gefühle so wichtig sein, dass wir ihnen Raum geben. Denn nur so funktioniert das Loslassen. Wir lassen ein Gefühl zu, bis es uns loslässt. So, ich lasse das Mikro los für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich sehr über deine ehrliche Bewertung bei iTunes oder wenn du den Podcast abonnierst. Und ich freue mich auch sehr über deine Nachricht. Zum Beispiel bei Instagram kannst du einfach nach meinem Monk suchen. Oder wenn du jemandem den Podcast empfiehlst, dem auch gefallen könnte. Ich habe vielen Dank, schöne Zeit dir und bis bald vielleicht. Ciao.